Hallo zusammen! Heute sind wir auf Labbadie, der Privatinsel von Reut Perimien. Ihr seht schon im Hintergrund, es ist hier einfach nur mega. Es läuft so richtig schön hier, die Regal-Musik und vorne lief aber noch Weihnachtsmusik, war ganz skurril, aber richtig toll und wunderschön hier. Ja und wir werden jetzt einfach diesen Tag hier genießen. Es ist im Übrigen Silvester und wir haben es hier gleich 30 Grad, es ist irgendwo kurz vor neun. Ja und jetzt gehen wir einfach mal los. Als ich ging. Uảm Sie Killer und Das war's für heute. Das war's für heute. So, Dressed for the Westerparty. Wir haben uns jetzt langsam mal umgezogen. Es wurden auch schon so lustige Krönchen, Hütchen und so weiter verteilt. Denn wir sind anders als in Deutschland, wo jetzt schon das neue Jahr begonnen hat, noch nicht so weit. Gleich haben wir erstmal unseren Tisch reserviert für 21 Uhr, dass wir gemütlich essen gehen. Und dann schauen wir mal, wie der Abend so wird und wie die Party so wird. Rein ins neue Jahr auf dem Schiff. Für mich eine ganz neue Erfahrung. Mal schauen, was so geht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Socks Das war's für heute. 3, 4, 3, 2, 1 3, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10